Magisches Schloss. Oh, hallo. Ich bin auf eine Kostümparty eingeladen. Ich gehe als Einhorn. Allerdings muffelt das Kostüm ein bisschen. Ich glaube, ich muss es waschen. Oh je. Ich glaube, ich muss mir eine neue Waschmaschine kaufen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hm. Die Maschine ist gar nicht schlecht. Ja, die ist auch günstig. Hm, mal sehen. Ja. Ja. Ah. 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 Woohoo. Ha. Ah. Oh. Ah, ah. 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 Oh, ich kann mich nicht entscheiden, welche ich mal Schiene ich nehmen soll. Klasse!